Moin Sie Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkostgaming und zum Mass Effect Andromeda. Ja, wir befinden uns hier auf der Nexus, auf dem Nexus, im Nexus, keine Ahnung. Wir sind gerade so ein bisschen durchs Kulturzentrum hier gehirschelt und werden jetzt mal gucken. Dr. Ariadna muss sich irgendwo hier befinden. Mit der wollten wir ja mal reden, dringend. Mal gucken, wo wir die gute Frau finden oder was wir hier überhaupt finden. Hier ist schon mal zu. Da geht es nicht durch. Oh, das sieht aber gut aus hier. Haben die doch ein schönes Labor gefunden. Und wisst ihr was? Jetzt gehen wir einfach mal in die Forschungskonsole. Und gehen wir in die Entwicklung. Und schauen uns die Panzerung an. Und da haben wir ja noch für die Beine vielleicht die Pathfinderbeinschutz 2. Können wir den jetzt inzwischen bauen? Wir haben genug Platin, aber wir können dann die Arme natürlich nicht mehr. Ach, ist das ärgerlich. Kann man das einbauen? So, wir wählen erst mal aus. Und, oh, oh, ein Verpanzerungsmodul. Biotech-Auflademodul. Medigale-Regulator. Oh, das ist doch vielleicht ganz spannend. Was haben wir hier? Einen Newton'schen Multiplikator. Reaktionsoptimierer. Schildgenerator. Oh ja. Das können wir eigentlich auch mal einbauen. Was haben wir denn hier alles drin? Das ist doch krass. Schildumgehungseinheit. Ja gut, den Schildgenerator. Und das können wir uns dann vielleicht auch in die Hose einbauen. Ja, beziehungsweise in die Ärmel. So, und dafür fehlt uns jetzt wieder Platin. Ja, mal sehen, wo wir das herbekommen. Wie sieht es denn aus mit der Forschung? Können wir hier vielleicht irgendwas... Ich wollte eigentlich irgendwie... Das Black-Wedow-Präzisionsgewehr. Das hat mir gar nicht so gut gefallen. Da hätte ich lieber... Das... Oder? Welches benutzen wir denn gerade? Ich weiß gar nicht. Achso, wir müssen hier hin. Da ist ja unsere Schrotflinte. Genau, die Dahn-Schrotflinte. Da sehen wir, haben wir ja schon einen Punkt. So. Und die Dahn-2 können wir auch schon. Alles klar. Forschen wir doch mal. So, können wir die Dahn-3 auch schon. Dazu brauchen wir Stufe 10. Alles klar. So, Panzerung. Was können wir da? Hyper-Guardian. Okay. Okay. C-8. Kolossus-Serie. Ja, weiß nicht. Die N-7-Serie vielleicht ganz gut, oder? Ich habe halt keine Ahnung, wie die Werte sind. Das muss ich mir bei Gelegenheit alles mal angucken. So, Waffen. Präzisionsgewehre. Da gibt es offensichtlich nur die Black-Wedow. So, dann erforschen wir die. Ach so, das ist auch das Ding, das wir haben. Okay, dann erforschen wir uns mal Stufe 2 hier. So, und hier brauchen wir wieder Stufe 10, ne? Ja, Stufenaufstieg müssen wir auch mal machen bei Gelegenheit. Stufe 8 sind wir ja schon. So, dann reden wir mal hier mit den Leuten. Mit wem fangen wir denn an? Nein, nicht. Okay. Nein, auch nicht. Okay, wir können nur mit Dr. Aridana reden. Klar. Was kann ich für dich, Doktor? Ich habe ein Math-Problem. Einige wichtige Äquationen, die nur ein Mind-like-Sam-Sams could solve. Sie beantworten strange Transmission-Pattern in der Scourge. Vielleicht random Noise. Vielleicht nicht. Na dann. Sam likes neue Erfahrungen. Es wird eine Möglichkeit, ein Math-Holmwerk zu finden. Given the complexity and the security implications, I recommend transferring the equations directly into Sam-Node. I have them on an optical storage disk for you. I'll see if I have time. Das könnte jetzt natürlich auch ein Virus sein, ne? Wir sind so ein bisschen leichtgläubig in dem Fall. Na gut, aber da haben wir das auch mal geklärt, was wir sollten. So, dann schauen wir uns mal noch ein bisschen um. Unten gucken wir uns dann später um, ne? Wenn wir gerade oben sind, Shapiro. Wer ist denn, Shapiro? Alles gut, Junge? Sabotage. Sabotage. Äh, nee. Na, machen wir es doch mal. Ausrüstung für Hydrokulturenstatus, funktionsfähig, aber suboptimal. Dieses Terrarium dient der Kutivierung von Pflanzen auf der Nexus. Ich schätze mal, wir sollen das hier scannen, oder? Diesen Reflex? Ne. Ist nur an der Scheibe, ey. Die Schäden lassen auf den physikalischen Versuch schließen, sich Zugang zu verschaffen. Die Bedingungen im Innenraum wurden beeinträchtigt, vorhandene angebaute Pflanzen sind unbrauchbar. Das ist ja uncool. Jemand klaut hier Pflanzen. Ähm, ja, und nun? Irgendwie würde ich ja gerne dieser Quest hier folgen, oder? Defekte Kabel. Aha. Na, auf der Nexus kommt es zu merkwürdigen Energieausfällen. Ein Techniker braucht bei der Suche nach der Ursache ihre Hilfe. Da müssen wir wahrscheinlich von der anderen Seite wieder ran. Hier zum Beispiel. Ein Inkubator, suboptimal. Es handelt sich um ein Standard-Laborin... Ein Labor... Ach. Ein Labor-Inkubator. Scheiße, bin ich heute wieder dumm. Der Nexus. Schäden an der Basis haben die Verkabelung freigelegt, was zu Energieschwankungen geführt hat. Okay. Downloading new scanner data. Also ein Inkubator und äh... Und Pflanzen wollten die klauen, also es hört sich so an. Als wenn hier jemand irgendwelche Spezies nachzüchten wollen würde. Vielleicht möchte jemand... Was? Ein Bauernhof oder sowas. Mal gucken mal, die Milchstraße. Willkommen zurück. You are looking at an image of the Milky Way. The original system of the colonists now arriving in Andromeda. Home to countless life forms. The Milky Way is a galaxy where friendship and peace are held in the highest regard. Those arriving in Andromeda bring with them this spirit of enlightenment. They look forward to making your acquaintance. Ja, genau so habe ich die Milchstraße auch in Erinnerung. So, wo muss ich denn hier hin? Doch, da hinten. Quasi direkt hinter mir. Hier irgendwo. Da. So, was haben wir denn hier? Es handelt sich um ein Standard-Computer-Terminal der Nexus-Interaktion mit vielen verschiedenen Systemen. Anscheinend hat jemand versucht, sich Zugang zur Basis der Einheit zu verschaffen. Wobei die Stromkabel freigelegt und durchtrennt wurden. Was wiederum einen Kurzschluss ausgelöst und die Energieversorgung unterbrochen hat. Achso, und dann sollen wir als nächstes zur Kommandozentrale. Okay, das machen wir bei Gelegenheit. Da müssen wir ja sowieso noch hin. Wir durften das dann nur nicht vergessen. So, aber für einen Moment wollten wir uns ja noch hier oben umschauen. Hier ist alles verriegelt, wie es aussieht. Irgendwann wird das bestimmt noch freigeschaltet. Ich frage mich, was es dann hier gibt. Sind das hier Wohnquartiere oder sind das Hydrokulturbereiche hier hinten irgendwie? Ich weiß nicht. Gemütlich hier auf jeden Fall. Man hört doch so ein bisschen Vögel zwitschern, pfeifen, krakehlen, schreien, brüllen, was Vögel halt so machen. Oh, wieso steht denn das Ding offen? Sollte das so sein? Dr. Camden, ach, von dem haben wir doch schon gehört. Tja, der hat doch veranlasst, dass es verteilt wird, die Hydrokulturen am ganzen Schiff. Ich gehe dann mal, das ist nicht so freundlich. Junge, dramatisier doch nicht. Dann sollten sie vielleicht netter sein. Na, geil, kann ich noch mal mit dem reden. Ja, renn doch nicht weg. Haarfeinde. Äh, Doktor. Spielen wir Berufe raten oder? Ich habe keine Ahnung. Der Vortex. Wow, das hört sich interessant an. Äh, vielleicht nach einer Bar oder so. Ja, ich höre Musik. Das klingt vielversprechend. Geiler Scheiß, wir haben hier eine Bar. Eben noch so voll die trübsinnige Stimmung auf der Nexus. Alles ist kacke, wir haben gerade das Notwendigste zum Überleben. Und im nächsten Moment haben wir eine richtig schicke Bar. Das ist ja mal geil. Liam, ich wollte gerade sagen, irgendjemand von unserer Crew ist doch da rein. Ja, das steht hier. Liam, mein guter. Ja, klar. Hey, wir hatten Glück, guck mal. Ich fühle mich, Liam. Wir haben endlich unseren Start. Da geht's. Wir haben unsere Scheiße zusammen. Wir haben eine neue Galaxie, die wir haben. Wir haben es geschlossen. Wenn ich es immer sagen muss, ist es wahr, oder? Ja, vielleicht. Geh' eine Pause, Classfinder. Jeder braucht es. Okay. Dutch Smith. Erzähl doch mal. Noch eine? Dammit. Das ist supposed to be das Chemistische Lab. Mein Chemistische Lab. Ich habe eine kleine Kondin. Du bist so, Dutch, aber hier bist du, brennendige Leute zu trinken. Ah, hi. Ich bin hier. Das sind guinea-pig, verdammt. Chemistische haben die guinea-pig. Ich habe ihre Laben genommen, von Menschen, die ihnen etwas zu geben. Und... Sie sind gut. Was? Schade Leute. Giving you free things and helping you set up So inconsiderate Right? They keep bringing things Tables and chairs and this bar and lights Wait, you're making fun of me, aren't you? Don't let Dutch put you off He's a sweetie, really I'm not And the drinks are good Damn right they are I mean Yeah I'm a dirty squirrel Das hört sich nicht so geil an Fückt er uns ab, wenn wir öfter mit ihm reden You're back People happen when you work at a bar Got you there Dutch I'll have to get used to you too, I guess Fine You can be a regular What's your name? Scott I'm Dutch That's a naan over there Be careful The snark is strong with that one That guy Snark is good I can work with snark You're one of those Looks like you're outnumbered Dutch You'd think people would reconsider Picking on the guy making the drinks But no Speaking of Want to try this one I'm going to call it The tall moose Okay, besser als Dirty Squirrel Aber auch noch nicht so ganz Mein Geschmack Vielleicht doch vom Geschmack her, aber vom Namen her You again Oh, I mean Hello Welcome to my lab Bar Whatever Hey Dutch, look at you Getting all used to things Things are fine It's people I don't like They talk back Maybe they can't resist your charm I hadn't thought of that Wait You're messing with me, aren't you? I would never Right Here Hey, have a drink Rotten Scoundrel Hey now The drink Not you Ah, geil Ja, so langsam werden die Namen besser Die Drinks Weiß ich nicht Wir gucken aber gleich Schwanken wir schon? Nee, wir tanzen Drink of the hour is a lucky Leprechaun Will ich es einen Schock? Ja klar, das hört sich gut an Oh, lucky are we talking here? I forget where the ingredients are from Na dann Why not? What's the worst that could happen? Excellent Äh, versuch's gar nicht hier, meinte er, ne? Mhm Ich wollte gerade sagen, wir stehen noch Ähm, vielleicht auch nicht Wow Was war das? Haben wir getanzt Nackt Wir sind noch bekleidet Wir haben keinen neuen Catouz, soweit ich das sehen kann Also es ist nicht der schlimmste Exzess Den ich jemals in einem Computerspiel hatte Witter 3 übrigens Für alle, die es nicht Gerade verstanden haben Ja klar, soll ich ein paar Tische reinbringen Soll ich ein paar Tische reinbringen? Aber wir haben ein paar Tische Aber wir haben einen verletzten Pult von Ingredienern Was? Äh, ich meine ich hatte gerade einen lucky Leprechaun, das war nicht so geil Ja, hey, danke. Selber. Ähm, so. Okay. Also, wir haben eine Bar hier schon auf der Nexus. Im Nexus, auf dem Nexus. Ach, keine Ahnung. Nexus. Wir haben also schon eine Bar. Nexus. Und, überraschend. Ich meine, gerade ging es echt einem noch scheiße, ne? So, aber irgendwo hier soll sich doch der Assistent rumtreiben oder nicht? Panzerungshändler. Uh. Was können wir denn hier... Nein, ich will kaufen. Die Pathfinder-Panzerung. Okay, die können wir uns auch selber herstellen. Wir können uns hier ein paar... Nein, Dingsis kaufen irgendwie. Was kann ich denn verkaufen überhaupt? Alle Bergungsgüter verkaufen. Brauchen wir das Geld gerade? Ich glaube nicht. Doppelmodderweiterung. Fusionsmod der Abschirmung. Watt plus drei. Ne, eins. Okay. Wir haben so geile Scheiße. Warum konnte ich die nicht einbauen vorhin? Ist die nur für eine Waffe? Das bringt auch Schilde. Oder irre ich mich gerade? Perfekte plus zwei Mod-Plätze. So, ich habe hier auf was ganz anderes geguckt irgendwie. Ja, keine Ahnung. Ne, damit beschäftige ich mich mal nicht jetzt. Was haben wir hier? Ein Panzerungshändler. Hi. Hey. Okay. Sehr viel Dialog hier. Hey. Ach, Angebot haut mich nicht so vor dem Hocker, muss ich sagen. Ah gut, wir haben hier wenigstens vernünftige Händler. Nicht mehr nur diesen einen Schrotthändler, den wir beim letzten Mal hatten. Kann ich hier nicht drüber klettern? Scheinbar nicht. Ich würde so gern. Es geht aber nicht. Okay, gut, dann gucken wir uns beim nächsten Mal hier unten nochmal um. Irgendwo muss hier echt diese Assistent rumgucken, glaube ich. Dachte ich. Das sind die Hydrokulturen. Ach hier, am anderen Ende, in Richtung Schiff wieder. Guckt er rum. Da gehen wir dann beim nächsten Mal, machen wir hier so eine kleine Runde, würde ich sagen. Gehen dann hier noch so ein bisschen in der Mitte rum und so. Wird bestimmt ganz lustig. Juhu, und zwei Händler haben wir auch noch da drüben. Für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch für das Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut um es dann. Ciao.